hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von cute world so wir stehen verkehrt warum stehe mir verkehrt wo gehst du denn in nordosten irgendwie so ja da war irgendwas mit nach stadt da 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 ich hab sie also doch mehr osten als nordost ja ost dann gehen wir mal nach trieben wo gehst du hin ja nach osten hier ist osten irgendwie müssen wir ja um das dinge da drumherum oder rechts rum oder links rechts rum ist nicht gut warum nicht ich muss irgendwas mitnehmen du bist viel zu schnell mit seinem raketen banido ja gut dann steige ich mal ne lauf ruhig lauf vor ich folge dir ich folge dir mein ritters weib ja ha 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 rüstung ja aber ist hier nicht angemacht ja ich habe ich sehe nichts da ist schon wieder ein 1 1 links da ein lager aber nichts dort hinten sind drei gegner 1 2 3 ganz viele ja mal gucken ob das überhaupt gegner sind sind freunde habe ich doch da wieder doof und hässlich sind die guck mal nicht okay wir gehen weiter blumen wir sind nirgendwo gegner ja ist total doof da hinten da hinten guck mal nach links rüber siehst du die jetzt sind sie im wasser glaube ich ja dann lass uns mal zum wasser gehen komm mit dem raketen bunny ja lauf 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 die sind bestimmt hier in die höhle rein ja genau wir gehen hinterher kommt da sind sie im wasser ich hause platz alle tot alle tot ja so kann das sein dass sie mein buch haben wir sind verdammt stark aber ich habe was trinken der haut hier voll auf die moppe ich bin tot ja im wasser ich kämpfe ich habe gekämpft ich bin tot und du bist auf der anderen seite warte mal ich muss man eben auch von mehr guck du sagst du sagst ich glaube ich muss man ja wenn man sich warte hier sind zwiebeln so ein stück entgegenkommt ja ich habe die mal eben platz einig da kommt da ja mein alpaka kaka ist ja da und vater putter tot alle tot bist du so weit weg ist ich bin direkt da an dem flüsschen wo wir gekämpft haben aber du bist am popo der wieder was gekriegt der krieg ich habe schon konnten den kack den gewissen du warst ja ich versuche der entgegenzukommen das ist nicht bleibe auf der bleibt da warte 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 ich komme ich habe im zwiebelriege gemacht da ist im wasser was ist denn das weiter wo hier bei mir hier ich bin überlegen ich bin gleich da bei dir oder ich sehe dich bleib stehen wir stehen ich sehe dich doch ja ich will noch den weiter machen wir zusammen macht ja was ja gut ich habe ich kann es war wir wissen voll stark auf der ist blau den schaffen bei mir ist ja orange du hast doch ein pancake oder nicht ja dann hören wir auf den zu verkloppen ist tot tut mir leid okay gut beim nächsten mal reagieren wir ein bisschen schneller guck mal bei dir im ding im 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 inventar ja ich habe pancakes dann habe ich ja und diesen jenny 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 ich dachte du hättest schnupfen ich hoffe so an sie bin ich nicht ob man da sind noch drei ich kann nicht ich kann mich ich kann mich kommen ich komme okay ich hätte gerne mit gekämpft hätte man nicht gelassen ich bin tot mich umbringen wo wir sind die drauf wo bist du gespawnt weiß ich nicht wie am arsch der welt ich bin wieder irgendwo irgendwo fahrfahr wählen ja einem kann ich mal auf meine map auch kommen so weit ist es diesmal nicht entfernt die scheiße soll ich dir mal was sagen wir können mal kaka der babbel ist da du bist du wir können uns jetzt alle mal am asche verlecke pass auf warte mal da ja ich warte da produkte dann gehen wir nämlich einfach richtung osten ja du kommst aus osten ich gehe nach osten da müssten wir uns ja treffen genau so ein terroristisch ja ich sehe dich schon auf meiner map ja unten ist er ich sehe dich warte mal stehen warte denn ja hallo wie warte hallo so dann los da oben sind wieder gegner ja komm plätten na scheiße es waren freunde aber ich sehe dich wo bist du schnell da oben alter schwede warum diesmal bin ich aber nicht auf dem bunny aufpassen rechts sind die büpfel die will ich nicht die sind total kaka ok lass uns weitergehen da ist eine blume da war eine blume noch eine sieht ja sehr interessant aus abstrutzgefahr oder sind wir uns noch bieten die haben wir da sind vier stück bist du verrückt ja die schaffen wir schreie gleich nicht wieder ok ich bin tot ok ich laufe dann mal weg ich komme warte mal der eine ah ich bin auch tot ich bin weggelaufen und trotzdem gestorben so jetzt greifen wir die noch mal an warte ich glaube in die falsche richtung kann das sein warte mal warte mal warte mal wo ist eigentlich mein bunny aua du spacko bunny bunny oh da sind es 1 2 3 4 hier auf der seite musst du kommen ne das sind alles oh scheiße das sind alles gegner und alleine trau ich mich jetzt zu guck mal eben was haben wir denn ja warte was haben wir denn hier level 4, level 3, level 1 boah kacke hallo ich brauche nur noch 26 xp also irgendwas müssen wir mördern ja hier die käfers echt willst du noch mal probieren ja noch mal fangen wir ja schon wieder von vorne an ich komme her ihr beatle so erster tot komm her ja zweiter tot ja meine anzeige ja nimm was nimm was nimm was nimm was ich auch ich komme ich komme ups boah du spacko bleib stehen und loben die rein hinter dir her keine ahnung die mögen mich sonst mögen die dich immer so stirb ja neb tot jetzt tot haha wir haben sie gescheit bekommen gibt mehr fünf so wir haben nichts getroppt wie doof ist denn das egal wieviel xp du brauchst du brauchst nur noch 7 xp ja ole ole 7 xp komm das schaffen wir ja bringen wir hin suchen wir uns noch mal ein paar nette gegner ja 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 gucken wir mal mal schauen warum hast du eigentlich die ganze Zeit lichter ach so ja naja ich dachte nur es hell genug so da ist was im wasser ja hühner hühner komm die hau mal platz die sind aber fies da sind noch mehr oben wo wo das sind insgesamt 4 stück siehste denken denken wie kommen wir denn hier raus ja hier bei mir hallo ich bin nicht so schnell im schwämen wo bist denn du schon wieder alter wieso schon wieder ja du bist ewig weg hier 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 ja hallo pfff ach schätzelein ja geht doch gar nicht so wie ging das noch gleich ja genau jetzt kannst du so was könnte ich denn könnte ich doch hier waffen mäßig irgendwie oder mach doch mal auf fliegen dann kannst du dir auch einen gleiter kaufen ok alle zwei da reinhauen ne nicht da vorne ja da nochmal ja fertig jetzt lernen ja ja so jetzt brauchst du nochmal 2 3 2 3 ja 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 1 2 3 ganz viele so Richtung Osten genau Osten Osten wie weit sind wir denn von der Stadt entfernt oh ist noch ein weiter Weg echt ja naja wir schaffen das ich brauche auch nur noch 183 sp mehr nicht mehr nicht das ist ja ein fliegengeschiss ja 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 total doof jetzt latscht der wieder durchs wasser ja ich wollte mal eben ach so Entschuldigung Entschuldigung aber mich immer schimpfen wir ah da ein Wasser was ein Raccoon komm her du er hat uns einfach angegriffen jetzt müssen wir ihn platten der wird schwer der wird schwer der wird schwer das schaffen wir das schaffen wir das schaffen wir ich bin tot ja und der Raccoon auch super und ich bin mitten am Baum gespawnt na tolle Wurst wo bist denn du oh du bist warte ich bin hinter dir ja ich hüpf mal aus dem Wasser aus waaaaaah ok ich bin tot ich konnte das auf dem Map sehen wie du geflogen bist jubi weg war er ich habe hier voll hin äh sag an wo bist denn du ja warte ich brauche jetzt irgendwie Energie ne scheiße ich bin voll abgekackt so ich komme zu dir warum hast du denn deinen Gleiter nicht benutzt jawoll dich ja ich bin ja vom Baum gefallen bei der Baum doch ein bisschen böer das war rutschig ach so ich sehe den Licht ja ich sehe deinen Kopf Achtung Ding 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 die Dude geht nicht geht nicht komm du auf den Kamp na atzen er hat 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 er die damit was sind das da recht? Achso das sind Kühe aber hier ist noch so ein Eichnucknuck ein Eichnucknuck, die sind scheiße Ist egal den Hauber Platz komm her der ist orange das wird so auf die Mopfe, alter das geht gar nicht hey außer das weiße ist der bei mir auch mal orange 9xp ta 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 komm mit da ist glaube ich noch was wo da noch was von zweck ja ein Ork vom Erdung feiler meine Lieblingswumsen ganz viele fliegen das war ein Ringen oder so kommen die Fliegen ja immerher hat er raus schon mal drauf komm gleich tot tot immer schön auf die Anzeige gucken ja tot gibt sonst böse Wartung oder warte mal der hat da was lustiges getroffen was denn das? ein Bummerang okay den kannst du verkaufen ja alle tot oh da ist noch eine Fliege die Fliege ist noch ein Fliege das sind noch ein Fliege das sind noch ein Fliege die Haut auf tot nur aber jetzt will mir nur noch 162 ja schön ist ja nicht mehr so viel ne ne das geht hier ist der Blume blume ja und wo bist denn du? ich komme von oben ah supi hallo schön hier ist ein Pilz Pilz ist gut machst du Pilz oh da sind Hexen ja die kriegen wir oder? und da links was ist das? das sind drei Stück wo? im Wasser am Wasser das ist ein Peacock ah ja jetzt erkenne ich es auch Hexenangriff kommt hey ihr blöden Weiber Angriff wo Hexen ja echt immer fies sind mit diesem komischen grünen Strahl hat sie mich schon wieder gekillt boah ich bin voll tot ich auch hey wir sind mal an der gleichen Stelle gesporn ja super warte mal da hinten ist einer wo? ne das sind Freunde na hätte ja sein können weil es sind ganz viele Alkakas oh ja wo ist denn einer? der ist nicht da der hatte keine Lust kann man nicht unterreinen wa? wo sind wir? wir sind weiter jetzt nach vorne wow schön guck mal hier ist aber stolz neblich neblich oh da sind hier Radieschen radieschen und da ist rechts noch was warte ein undead ja der ist gleich noch tot als untot aber sowas von so ein bisschen fällig tot so schlafplatz ja schlafplatz was sind das hier für guckt das sind tische ja da kannst du so ein bisschen was basteln ne? so ich lade mich mit ihm auf fertig so gehen wir weiter ja nö eine blümchen ganz viele blümchen da hinten sind es vier gegner vier gegner im wasser ne auf der anderen seite hexen im wasser sind brockenkäfer ne die blümchen das sind drei stück wir sind so vici star keine ahnung was ist das wissersatz oder was meinst du? ne das sind Freunde der eine ist abgeschmiert oh die werden angegriffen ok komm wir gehen denen helfen vielleicht können wir was absagen ne 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 wo haben die denn drauf geschossen? keine ahnung sag mal habt ihr mal der eine linse? die sind voll Panne sind die? kuckucks ihr voll die Eierköpfe das werden andere lass sie mehrere mach mal knapp zwei stück diese ging doch schnell so dass schon wieder geschafft hat ja ob das wohl ein oben ist wenn du keinen brauchst dann findest du ja wenn du brauchst dann findest du nix wir laufen mal gut nehmen wir sind die falschen müssen ein bisschen weiter nach links und wenden ja noch da so ich habe die richtung gewinnt wasser wasser lassen wir mal lieber in ruhe war jetzt nicht so ganz es sind zwei stück kommen da hinten sind welche wenn das unsere freunde wären dann könnten ja ich habe den ersten tod natürlich versuchen sie ja ja warte ich komme ich werde mal aufzulaufen oder ich ne hannisse die kannst du sagen ja aber ich muss erst mal überleben wir haben noch beim letzten mal wie blöden hornisse gesucht tot so hat sie wird sie wird die wohnung sammeln mal deine klamotten hat zusammen und bekommst du dich und ich habe es richtig jetzt wurde zack ich habe sie ja eine hornisse bin ich mal gespannt wie viel läpfel 7 level 7 nicht übel sprach der dübel und verschwand in der wand war cool und die warte die müssen wir mal eben themen benennen benennen ja genau und solange du sie nicht biene meyer nennen ich habe es gedacht aber ich habe es nicht gesagt ich habe mich ja benehmen wer weiß wer uns alles zuguckt ja hier ist da hinten sind zwiebeln wo da hinten dreben komm mal mit der flitzt da hinten rum wie düsenjäger siehst du sie denn jetzt ne ich sehe dich aber die zwiebeln sehe ich nicht die sind da an dir was ist denn das hier ist ein freund ein freund woher kommt da 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 okay zwiebeln ich komme oder oben läuft ein kern mit kohle rum den habe ich durchs gebüsch gesehen wo rechts von uns da fühlt sich da voll drauf ja nun dort wo ist der denn hier hier habe ich den gesehen sollen wir uns mal an sowas ranwagen da ist er wurde jetzt voll gerade am draufkloppen da ist noch einer der ist rot der wird da hinten verprügelt das ist ein riesenlamer guck dir das mal an ja warte ich muss das mal dabei wollte ich ja hin schön dass du fliegen kannst ich fliege doch gar nicht da ist eine hexe die kämpft gegen kühe warte auf mich hier patsch das sind zwei hexen nee nicht nur so ich habe angst vor hexen aber deine ronisse ist echt krass was oh mein kack hexen habe ich ja nicht gesagt aber der produkte der wird wieder nicht kommen wir zurück auf die alte ich war angegriffen was oder hier ist ein riesengegner kommt schnell ja jetzt aber jetzt aber jetzt aber jetzt auf dich zu wehren bringt alles nichts vor dem hauen wir jetzt richtig platz der geht aber ab wann ja der geht ab aber das hilft ihm eines nichts komm her jetzt du ja die kinder die kinder sieht nicht schlecht aus was wo hast mein benni banni gekönt jetzt bist du bereit jetzt bist du tot jetzt bist du tot jetzt erzählen ja achten und einen wind bildet und 5 immer war geil die pfeil ist tot ja mein benni banni ist auch der der sind gegner warte 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 mir nichts mehr ich nein nein hier ist die jetzt kommt ja super ist also das ist alle die sauer wir haben ja ja wohl hier wurde nicht der war einmal reingezogen und so sind sie heute haut ab hier Und der hier trinkt was. Nein, 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 nein! Ich komme hier zurück. Oh, 11 XP und der andere 4. Kann das sein? Das war ja mördermäßig. Gut, guck mal hier, der hat was getrockt. Einen Chocolat-Donut. Nimm dir den mit. Was gab es denn? Warte mal, da hatte ich noch irgendwie... Was haben wir denn noch? Oh, Hühner! Nee. Nein, du brauchst ihn. Ich verklappe ihm die Hühner, ne? Hühner doch! Nimm doch mal mit, Tante. Hühner! Ja, hier, so ein, so ein, sag mal schnell. Einen Mubel, ne? Maulwurf, genau. Ja, die sind cool. Hühner. Hast du schon mal gehabt, als du allein gespielt hast, ne? Ja, genau, die sind voll geil. So, Hühnchen. Alle tot, alle tot. Undy Always. Da народ, alle tot. Ja, ich saru. Noooo, noooo! enforавante